Oder ein freundliches Anlegerliche, meine lieben Freunde, bin ich gleich wie vor euch wieder eine neue Runde League of Legends, was hab ich mit mir League of Legends? I left for the head 1, mit dabei der Maurice und der Basti Stammbesetzung halt, na kann man nichts anderes leider dazu sagen, tschüss Ja, ich hoffe, die sind jetzt lauter eingestellt, weil ich tatsächlich mitbekommen habe, die ersten vier Folgen waren sehr relativ leise Aber ich hoffe, das geht jetzt, warum sind meine Zombies bitte schwarz? Also, nix gegen schwarz jetzt Die sind, bei mir sind die angekohlt Naja, das hat ich jetzt mal auf, da kommt kein Feuer und so, siehst du das Feuer da hinten an das Ding? Ja Ja Bei mir sind die halt voll angebrannt Rösti, Alter, jetzt geht's los hier Ja, egal Oh, der Charger sieht aber zu Glück Warte mal, lass den doch mal im Leben, vielleicht, ich weiß nicht, ob der gut aussieht Achso, der soll mich töten oder was? Äh, ja, also, ich mach jetzt, wow Wow, ich werd gesmokert Ich werd gesmokert Freunde, Smoker Danke Mal den Kill abstauben hier Alter, was ist denn los hier? Hey, sind die bei euch nicht angekohlt? Bei mir sind die Nein, aber ganz normal Schwarzbrau, äh, schwarzgold Schwarzgold? Ja, keine Ahnung Da muss man nicht Lefadette machen Komplett, komplett schwarz alles Und das Gesicht ist weiß, also richtig angekohlt Ja, ich werd mal nach der Folge, wenn wir das nicht schaffen werden, mal Lefadette neu starten Kann ich auch direkt mal nachgucken, ob's funktioniert hat mit der Lautstärke Oh, Lois hat Sheldon geschützt Ist aber ein toller Lois, äh, toller, toller Sheldon Aua! Genau hier Oh, stimmt auch wiederum Ist ein Tag vergangen, wo wir aufgenommen haben Hat sich aber nichts geändert bei der Chaotentruppe hier Na, sei kein Tschüss, Francis Tschüss, Francis Jeder darf mal sein Senf dazugeben Oh, ne Rohrbombe Nice Wow Mach's doch gerne Hier ist ein Boomer, glaub ich LOL Wurde einer angekotzt Oh fuck, hä LOL Hier ist ein Jockey, äh, Hunter Danke Nein, ich bin da Das ist richtig komisch hier Mit den Zombies Unter der Hose sind die einfach weiß und sonst schwarz Richtig komisch Weil da hinten Zombies sind Aber ich hab wieder so ein Fehler machen wie die ersten Folgen, ne? Komplett voll raschend Na, wir holen mal eine Molly Dann nimm einmal eine Molly hier Oah 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 Hast du weg? Pinne Nice Äh Jockey Wow Der ist bei mir Jockey Hilfe ich bin da doch der jockey ist dahinten jockey ist hier der ist hier direkt hinter ich habe mich mitgenommen hat alter hier sind die ich habe mitgenommen hier unten ist ein molly hier ist nun mal kurz auf jeden fall gut und einer jetzt ja einer mal mal hier ist die tür und hier ist mitigkeit es lohnt sich überall in die ecken zu kotzen genau überall in die ecken zu kotzen zu gucken spaßbremse schelten alles klar schutzraum jetzt schon nur es hat monster gerettet guck mal was hier noch ist ich hab mal ein date mit einer frau hier ne oh die ist weg boah alter das war knapp man fetter boomer alter ok ich muss auf jeden fall neu laden weil die texturen hier mir nicht angezeigt werden weil hier ist nur ein weißer rand bei mir ist die wand weiß euch auch ne alles klar ja alles klar sieben minuten ich muss mal kurz bei dem was das und das neun land ne ich weiß gar gut ach so war wir da ja 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 das würde aber es ist nicht ich habe gar nicht mehr sehen wir sind eben ich habe was hier mit dem nach ich habe ein Video gesehen von der von der wie bitte wenn ein einer zieht und so kann man das einfach wegschlagen Volga ach der hat sich schlau gemacht der Junge so wie der boss hier hat sich auch schlau gemacht so da bin ich wieder ich hoffe die texturen sind jetzt alle perfekt geladen da gab es hier gibt es hier keine andere Waffen noch gott da sind die zombies bei mir immer noch so da habe ich auch kurz raus ja sie sind perfekt erstmal ein headshot geben wuhu also das hier ist die kanalisation 2.0 ich weiß gar nicht wo lang mit wahrscheinlich unten da unten mischt aus wo warte dann gehen woanders lang komm mal mit hier gab es dort noch einen Weg ja du hast den Balljock den Balljock den Balljock den Balljock den Balljock den Balljock auf dem Mausrad alles klar Tastenbelegung und dann war ja nur ein Charger hinter dir oh da kommen wir auf ihn oh warte mal ich habe kein Medikpack mitgenommen hier ist Bubar alles klar hier ist ein Smoker in der Nähe wo willst du hin? noch Medikpack holen weil ich habe irgendwie kein achso wir haben gar keinen mehr da nehme ich ein Defi mit kann man ja nix kann man ja nix da hast du mit die ist unter uns aufpassen wow also wenn du runter gehst oh die ist aggressiv die Witch wo sie denn die ist direkt neben der Leiter wenn man runter geht die wird aggressiv die können die doch picken oder nicht ich weiß nicht ob die Leiter du hast die mutsch aufge... LOLL alles klar tschüss ja jetzt Leiter runter würde ich sagen und Leiter wir müssen ja runter oh oh leuchtig zungen ich habe doch gesagt hier ist irgendwo ein Smoker oh nein wo was wär irgendwas fettes irgendwas fettes oh tschau 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 Junge der Bill kriegt direkt auf die Fresse alter was ist los hier naja ich habe ja ein Defi also einmal sterben kann keiner was schließe das Schleusentor auch mehr ist schon wieder ein Event hier weil ich glaube ich bin mehr die Dienstwoche nochmal und ich wieder mit dem wie es schon gar nicht so gut ja komm Bill ist down ja Bill ist auch nicht down ne da wurde vom Jucki von Jucki von Jucki wow deswegen habe ich mir jetzt die Dinge ins Wumme geholt danke oh ist jetzt eine Waffe seid ihr bereit nimm doch wenn du willst der K oh scheiße da molli da oben kommen die wahrscheinlich ne das ist ein Charger da immer noch ein Charger hinteraufauf hinteraufauf ich weiß doch die Pipe alter nu mit da da hat er in kaming alle mich hatten hatte ich hatte mich danke jockey tot fragt man halt ja ich hab mich doch gerade geht man schon wieder dieses scheiß prinzip schon wieder weiß ich darf mich nicht hier lassen dürfen ich darf mich nicht hier weiß oder kommt ein zombie oder jockey und die ficken mich drängen wieder runter das kann ich wohl lang ob er die kürt ich bin mir einfach keine Ahnung der Junge macht man zum Bild oder was ja man Ich hab jetzt hinter uns noch Feuer gelegt, damit dann jemand hinterher kommen kann. Au. Wow, wow! Äh, Jockey. Charger! 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 Ne, das war ein Smoker. Ja, die geht's dreckig. Ich hab andere Gedanken. Jo! Ja, dann wär das Level nie zu Ende gegangen. Gut. Dann sag ich euch tschüss und dran auf Wiedersehen. Euer Benplay bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ciao! Tschüss! Tschüss!